Wir sind heute hier für den Seilzug. Dann kriegt der Helikopter das Vorseil angebunden. Wir fangen damit an, dass wir alle Masten von unserem Feld besetzen. Dann kriegt man das Startsignal von unserem Chef, wenn der Helikopter abhebt. Und fliegt dann von Mast zu Mast. Bis wir hinten sind, dann wird das abgefangen. Dann legen wir das von den kleinen Rollen in die großen Rollen ein, um das dann später anziehen zu können. Der schwierige Part ist, dass wir mit dem Helikopterpiloten keine direkte Kommunikation haben. Das heißt, es läuft alles über Handzeichen. Wenn man das zweimal gemacht hat, ist das gar nicht mehr so schwer.